Hallo, mein Name ist Sonja Watt und ich lade dich ganz herzlich ein zu unserem Potluck im schönen Allgäu, an diesem Ort hier. Bei einem Potluck kommen wir alle zusammen und jeder bringt etwas Rohveganes mit, ob das jetzt schon fertige Gerichte sind oder auch einfach frisches Obst und Gemüse, was wir dann miteinander teilen und auch essen. Bei dieser Gelegenheit tauschen wir uns aus über Gesundheitsthemen, über Selbstheilung, alternatives Leben. Ich werde mit einem Vortrag dabei sein, wie auch du Gesundheit besser in deinen Alltag integrieren kannst und diese verbessern kannst. Wenn du dabei sein möchtest oder noch Fragen hast, dann klicke doch einfach auf diesen Link und melde dich bei mir. Ich würde mich freuen, dich hier begrüßen zu dürfen.